herzlich willkommen zu einer weiteren episode truth hunters jäger der wahrheit wir haben heute für euch jemand besonderen den ernst wolf mitgebracht ernst du bist journalist autor experte für wirtschaft und weltgeschehen vorweg eine frage dürfen wir dich alles fragen ja super ernst wer bist du denn und warum sollte man dir eigentlich zuhören ja ich bin journalist ich bin buchautor ich bin allerdings auch schon 73 jahre alt und habe einige erfahrungen in meinem leben sammeln können und ich denke dass ich da einiges gerade an junge leute weitergeben kann von dem was mir so im leben passiert ist und vor allem von den schlüssen die ich aus denen was mir passiert ist gezogen habe also vielleicht zu meiner person ich bin in china geboren das ist ein bisschen ungewöhnlich meine eltern sind auch in china geboren mein leben hat praktisch sehr turbulent begonnen weil ich bin kurz nach der chinesischen revolution geboren worden meine eltern sind ausgewiesen worden wir sind dann nach deutschland geflohen anschließend bin ich in korea aufgewachsen dann habe ich in den usa studiert aus den usa bin ich damals allerdings aus politischen gründen ausgewiesen worden weil ich mich gegen den vietnamkrieg ausgesprochen habe damals in mehreren zeitungsartikeln und das hat dazu geführt dass ich mich mit politik beschäftigt habe dann bin ich darauf gekommen dass politik mit wirtschaft zu tun hat dass wirtschaft sehr viel mit finanzwirtschaft zu tun hat und so bin ich langsam in das reingerutscht was ich heute mache und ich denke dass nach 50 53 jahren erfahrung mit dieser ganzen entwicklung ich doch einiges mitbekommen habe und das dann auch weitergeben kann vielen dank du bist nämlich auch gerade auf tour im deutschsprachigen raum warum machst du das eigentlich und was ist der der sinn dahinter also der sinn hinter dieser tour ist einfach so dass ich ganz gerne mal auch unzensiert reden möchte weil wir wissen ja alle dass das was wir sagen heute sehr stark kontrolliert wird das war in der gesundheitskrise jetzt ganz extrem so und da habe ich den entschluss gefasst also ich würde gerne mal ganz direkt mit den leuten ganz unzensiert zu den leuten sprechen und deswegen habe ich mich zu dieser tour entschlossen dann auch die themen die wir anreißen werden sind für dich dann keine neue gebiete und zwar das wef die who das geldsystem und transhumanismus und da die bitte an dich auch gerade wegen den jungen zuschauern so einfach wie möglich weil wir hier über sehr komplexe thematiken sprechen aber das werden wir bei jedem blog auch noch mal erwähnen das so einfach und verständlich wie möglich zu erklären weil das fängt ja schon damit an dass die sachen einfach zu komplex sind und die leute da schon dicht machen und das wollen wir einfach verhindern indem wir dich darum bitten simpel einfach zu sprechen und da wären wir dann auch am ersten punkt am ersten block angekommen das wef was ist das wef und wer ist da denn alles dabei das wef ist eine stiftung die ist 1971 in der schweiz gegründet worden von einem deutschen professor und dieser deutsche professor klaus schwab hat ein paar vor jahre vorher in den usa studiert an der harvard universität und ist damit sehr einflussreichen leuten zusammengekommen unter anderem henry kissinger der später außenminister der usa geworden ist dann mit john kenneth galbraith das war ein berater ein wirtschaftsberater von mehreren präsidenten und diese leute diese amerikanische elite die hatte damals vor ihren einfluss in europa etwas stärker zu machen weil in europa gab es damals eine große antipathie gegen die amerikaner damals gab es einen bestseller in europa der hieß die amerikanische herausforderung und sehr viel europäische manager waren damals so so ein bisschen anti amerikanisch eingestellt die wussten aber gleichzeitig auch dass die amerikaner die besten management methoden haben und deswegen haben diese hat die amerikanische elite beschlossen vielleicht können wir diese europäer für uns gewinnen indem wir unsere management methoden denen näher bringen und da war klaus schwab offensichtlich der richtige mann der hatte nämlich schon in diese richtung bücher in deutschland veröffentlicht der mann hat auch zweimal vorher in der schweiz schon studiert und der mann ist denen den leuten damals aufgefallen weil er sehr sehr ehrgeizig gewesen ist der hat nämlich ein zweijähriges studium an harvard so geschickt sich zusammengebastelt dass er nach einem jahr schon fertig war und den hat man dann praktisch mehr oder weniger vorgeschickt also ich glaube dass bei klaus schwab das nicht nur alles aus eigenem antrieb gemacht hat sondern eben mit diesen mächtigen amerikanischen kräften im hintergrund weil er hat dann dieses symposium gegründet das ganze hieß am anfang auch noch nicht world economic forum sondern hieß european management symposium aber er hat zu dem ersten treffen es geschafft 444 europäische spitzenmanager für zwei wochen in davos zu versammeln das muss man sich vorstellen das ist vor der zeit der handys gewesen also diese leute sind dahin gereist haben ihren beruf zwei wochen beiseite gelassen und haben da den 50 top speakern der damaligen zeit zugehört alleine der kostenaufwand dafür hätte klaus schwab um ein zigfaches damals überfordert und deswegen denke ich dass da im hintergrund auch sehr viel geld geflossen sein muss und klaus schwab hat eben dann später dann aus dieser stiftung er hat diese stiftung dann gleich angemeldet und hat aus dieser stiftung dann später das world economic forum hervorgehen lassen und das world economic forum hat dann zum beispiel in den 90er jahren angefangen die weltweite elite auszubilden also die kooperative und die politische elite die haben dann die global leaders for tomorrow ab 1992 ausgebildet und dann in den 2000er jahren ich glaube ab 2005 oder 8 haben sie dann die young global leaders ausgebildet darauf kommen wir auch noch zu sprechen weil wir ein paar namen mit dabei da aber auch die frage die ich mir stelle wie kriegt man als name so viele top manager wenn man das auch mit heute vergleich die haben die zeit die haben keine zeit für ihre familie die haben keine zeit für ihre partner die haben keine zeit für niemanden außer für die arbeit wie kriegt man denn solche leute einfach mal für zwei wochen aus ihrem hamsterrad aus ihrem management rat nach davos das was und das vor der zeit der handys noch und das vor der zeit der handys richtig genau also die müssen sich schon sehr was dafür besonderes davon versprochen haben und ich denke das liegt daran dass damals eben diese 50 top speaker aufgetreten sind also das war natürlich ein ereignis was ist so sonst wer war da auch so unter top speaker das waren zum beispiel john kenneth gerberth war dabei dann war hermann kahn das war einer der wichtigsten zukunftsforscher von damals dabei dann waren leitende professoren der amerikanischen elite universitäten dabei also das waren leute die die elite damals auch im westen ganz sehr interessiert hat von natürlich jeder europäische manager hat damals amerika geguckt weil amerika aufgrund des riesigen binnenmarktes also was die die produktion zum beispiel die wirtschaftliche produktion angehen ganz weit vorne war also die leute hatten wahrscheinlich die angst etwas zu vermissen wenn sie nicht dabei gewesen wären aber das ganze hat natürlich eine riesige logistik erfordert ich meine man musste diese ganzen leute vorher anschreiben das war wie gesagt die zeit vor den handys das hat einen riesen aufwand erfordert und das kann nicht herr schwab selber mit seinen zwei mitarbeitern in genf da alles gestemmt haben also der muss da wirklich ganz große hilfe im hintergrund haben und er muss auch sehr viel geld im hintergrund gehabt haben er hat später mal gesagt er hätte 50.000 schweizer franken geliehen bekommen aber ich glaube mit 50.000 schweizer franken kann man nicht 444 mensch spitzen manager in einem ort wie davos für zwei wochen unter nicht mal für einen kaffee das geld nicht lang für alle die man in der schweiz waren wissen worüber wir sprechen jetzt hast du ja schon wichtige fakten genannt zum wef inwiefern betrifft uns das aber ja das wef ist heute in meiner augen meinen augen so einer der strippenzieher hinter den den kulissen also das wef hat es in der 51 oder 52 jährigen geschichte geschafft also unglaubliche netzwerke aufzubauen weltweit also alleine diese global leaders for tomorrow und die young global leaders die sind alle untereinander miteinander vernetzt gleichzeitig auch vernetzt mit den ganzen wirtschaftsführern unserer zeit dann sind über das wef auch andere organisationen gegründet worden also eine ganz wichtige organisation wurde im jahr 2001 gegründet das war die gavi die general alliance for vaccination and immunization also die globale impf allianz die ja in den letzten drei jahren in der impf kampagne eine ganz große rolle gespielt hat dann arbeitet das wef sehr eng zusammen mit anderen stiftungen wie der bill und melinda gates stiftung also da ist ein netzwerk entstanden auch mit anderen organisationen mit der weltbank mit dem iwf mit der ezb man muss sich nur ins gedächtnis rufen also die chefin des iwf frau georgieva ist gleichzeitig sitzt gleichzeitig im direktorium des world economic forums oder ursula von der leyen von der eu-kommission die hat bis vor kurzem im direktorium des wef gesessen und auch christine lagarde also die chefin der ezb sitzt auch im direktorium des wef und ein ganz wichtiger mann der noch drin sitzt also um zwei ganz wichtige leute die noch drin sitzen das eine ist erl gore der ehemalige vizepräsident der usa der gleichzeitig auch einer der top manager von apple ist oder einer im aufsichtsrat von apple sitzt und ganz wichtig ist natürlich bei larry fink also der chef von blackrock und blackrock ist mit die abstand die mächtigste finanzorganisation die es auf der welt gibt im moment und da merkt keiner irgendwie ein interessenskonflikt oder kommt darauf dass da irgendwie ein zusammenhang zwischen diesen organisationen und dem verein oder stiftung wf besteht ja das wird offiziell nicht der nicht gerade groß propagiert also man kann es teilweise sogar nachlesen im internet also da gibt es die seite vom wef die heißt im we forum.org und da kann man nach der ein einzelnen namen eingeben und dann erfährt man da dass diese leute so genannte contributors also zuarbeitende oder mitwirkende des wef sind dass das wef das nicht so gerne hat dass man diese ganzen verbindungen erkennt das kann man daraus ersehen dass einige der listen der young global leaders der letzten jahre heute nicht mehr im internet verfügbar sind und dass das wef in den letzten monaten vor allem relativ viele seiten gelöscht hat aber ich denke das hat auch seinen grund weil klaus schwab ja im jahre 2020 mit dem buch the great reset aufgetreten ist und dadurch also unglaublich viel aufmerksamkeit auf das wef gelenkt hat und das hat glaube ich denen dem wef nicht so besonders gut getan und ich denke dass man da vielleicht sogar einen schritt zu weit gegangen ist was die öffentlichkeit angeht du hast ja gerade schon einige namen angesprochen und die liste der young global leaders ich würde sagen an der stelle wäre es mal wichtig auch ein paar größere namen zu nennen um mein gefühl dafür zu kriegen wer da eigentlich so drin ist welche position diese leute innehaben so wir haben da zum einen emmanuel macron der aktuell französischer oberhaupt französischer präsident ist wir haben wladimir putin der russischer präsident ist wir haben angela merkel die damals bundeskanzlerin war justin trodeau präsident von kanada richtig wir haben jeff bezos bill gates tony blair auch ehemaliger premier von england wir haben jetzt annalena baerböck die auch aktuell in unserer politik relevant ist unter anderem auch jens spahn mark zuckerberg ich habe auch von xi ying ping gehört ich weiß nicht ob du auf jeden fall ist er als contributor geführt chinesischer präsident ja genau so wenn wir jetzt so prominente namen in dieser organisation drin haben was glaubst du hat das auch ein einfluss auf das wahlsystem also wenn die leute schon praktisch auserkoren wurden für diese bestimmte position inwiefern können wir mit unserem wahlrecht überhaupt was ändern wahlen wahlen spielen heute gar keine rolle mehr diese leute werden irgendwie in ihre posten rein gehievt und man kann jede wahl in jede richtung bewegen heutzutage weil man darf nicht vergessen also wir werden ja von den großen digitalkonzernen und den großen finanzkonzernen regiert und die haben natürlich auch alle medialen möglichkeiten die es früher nie gegeben hat also wenn wenn ein konzern möchte dass eine bestimmte partei nach oben kommt dann kann er das über die sozialen netzwerke heute relativ leicht schaffen indem er die leute ganz stark für diese die partei beeinflusst und meinetwegen allen anderen parteien irgendwelche negativen aspekte nachsagt also da ist ist heute also der der manipulation tür und tor geöffnet und deswegen sind wahlen heute auch nicht mehr das als was sie uns dargestellt werden als eine freie willensentscheidung von bürgern also 80 prozent der leute haben von politik sowieso überhaupt gar keine ahnung und lassen sich dann also ganz stark heute vor allem durch die sozialen netzwerke beeinflussen trifft das dann jetzt auch auf die ganze präsenz in deutschland was die politiker mit auf die afd dann zu dass die jetzt also ein hoch genießt oder wahlen so hohe für befürworter hat dass das auch dazu trifft was er da so deine einschätzung die afd ist ja ein teil des parlamentarischen systems hier und dieses parlamentarische system wackelt im moment und deswegen haben die natürlich ein interesse daran die 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 öffentliche meinung zugunsten des parlamentarischen systems zu beeinflussen und das ist einfach relativ eigentlich relativ egal ob die afd hoch ist ob die cdu hoch ist csu spd also hauptsache da spielt sich was innerhalb dieser kreise ab weil die größte angst die die haben ist dass der parlamentarismus irgendwann als das entlarvt wird was er ist nämlich eigentlich nur noch ein riesiger großer volksbetrug das nenne ich mal ein statement wir haben jetzt da schon über das wef gesprochen aber noch nicht so deren ziele deren agenda unterstützer kontributor hast du sie ja genannt was sind denn ihre ziele das größte ziel ist einfach die macht erhaltung derer die im moment an den hebeln der macht sitzen also in meinen augen wird die welt ja regiert im moment vom digital finanziellen komplex das sind auf der finanzseite die ganz großen vermögensverwalter mit blackrock vanguard fidelity und state street an der spitze und auf der it seite sind das amazon apple alphabet microsoft und facebook das sind die dem die großen sieben im moment die die richtung vorgeben in die die welt sich bewegt und die haben im moment zwei ganz große probleme das eine ist dass unser finanzsystem nicht mehr so richtig funktioniert und durch ein neues ersetzt werden soll das im hintergrund gerade vorbereitet wird und dass wir aufgrund der entwicklung der künstlichen intelligenz vor einem riesigen zusammenbruch des weltweiten arbeitsmarktes stehen das sind zwei riesen probleme mit denen die konfrontiert sind und die haben natürlich ein interesse dran an den hebeln der macht zu bleiben und deswegen ist alles das erklärt sich so dass diese leute eben diese interessen verfolgen und das eben über diese organisation machen also das wef ist praktisch mehr oder weniger die speerspitze dieser ganzen konzerne damit diese ganzen konzerne dass alles diese diese ganze arbeit nicht selber machen müssen das ist ein prinzip was die reichen und die mächtigen schon seit paar hundert jahren beherrschen die üben viel von ihrer macht nicht selber aus sondern lassen die über irgendwelche hand lange ausüben beispielsweise habe ich jetzt vorher auch blackrock recherchiert eine halbe stunde lang habe ich versucht herauszufinden wem blackrock gehört wer wo ist das geld wer wer hat da das sagen ist das eine ag oder ist das holding und ich habe es nicht hinbekommen in einer halben stunde und ich bin wirklich gut ich also wenn ich mich mit das befassen mache ich es richtig ich habe es nicht hinbekommen auch nur einen kleinen teil davon herauszufinden wem denn überhaupt jetzt nur ein teil dieses gebildes gehört ist das auch ein teil oder habe ich einfach falsche arbeit geleistet weil er also da da also die die geben natürlich nicht gerne viele dinge über sich selber preis also das muss man schon sagen aber man weiß natürlich einiges über blackrock man weiß auch wessen gelder die zum teil verwalten ein viel größeres geheimnis ist der der hauptaktionär von blackrock das ist nämlich vanguard und da gibt es in insider kreisen also die große vermutung und das muss ich sagen das hat sich bei mir in den recherchen auch des öfteren bestätigt dass sehr viel altes geld bei vanguard geparkt ist also geld das über die jahrhunderte angehäuft wurde von den ultra reichen familien hast du da ein paar namen weil was kann man sich darunter vorstellen wenn man altes geld das sind die königs das sind die königshäuser das sind die großen dynastien das sind unter anderem auch die rotschild die ja öfter genannt werden aber die rotschild sind jetzt nicht die nummer eins im hintergrund sondern das eine von vielen sehr sehr reichen familien weil es gab ja in den letzten jahrhunderten dass eine anhäufung von vermögen in wenigen händen gegeben aber diese leute waren natürlich immer daran interessiert ihre vermögen zu verstecken damit sie nicht opfer von verbrechen geworden sind aber also blackrock nochmals zur macht von blackrock blackrock ist ungeheuer mächtig blackrock verwaltet im moment vermögen in der höhe von ungefähr zehn billionen dollar der hauptaktionär von blackrock vanguard verwaltet ungefähr sieben billionen dollar das sind zusammen 17 billionen dollar und das entspricht dem bruttoinlandsprodukt chinas also der summe aller waren und aller die in einem jahr in china produziert werden und der dienstleistungen die in einem jahr in china kann man sich auch glaube ich so gar nicht vorstellen als autonormalverbraucher dass man diese zahl greifen kann das sind sehr viele nullen das ist einfach unglaublich wie viel also und das ist noch lange nicht alles also die haben noch unter und unternehmen die die auch riesige gelder gelder verwalten also i shares die handeln mit etfs das wird den meisten nicht viel sagen aber das ist im moment so im finanzsystem sehr gefragt das sind exchange traded funds das sind index basierte fonds und damit handeln die und diese firma alleine dass das das volumen dieser etfs beträgt acht billionen dollar also auch unglaublich das viel das ist das doppelte von dem was deutschland an wirtschaftsleistungen einem jahr erbringt also da das sind unglaubliche dimensionen in die die hervor gedrungen sind und das wichtige dabei was man wissen muss ist dass eben blackrock und vanguard diese ganzen vermögensverwalter gleichzeitig verschwistert und verschwägert sind mit der it-industrie weil die it-industrie die verwaltet ja deren daten auch also zum beispiel blackrock hat das wichtigste finanzdaten analysesystem was es auf der welt gibt das heißt aladdin da laufen also im jahr transaktionen von einer höhe so von 22 billionen dollar drüber da sind alle großen konzerne dran angeschlossen da sind die großen zentralbanken dran angeschlossen das ist auch in den händen von blackrock aber blackrock hat das hochgeladen in die cloud von microsoft da weiß man also dass die beiden dazu genau und gleichzeitig ist blackrock auch noch der hauptaktionär von microsoft also da hat sich eine kraft gebildet die ist einfach das ist ein kartell und dieses kartell ist einfach viel mächtiger als irgendetwas was die welt bisher gesehen das erinnert auch so ein bisschen an die transatlantische brücke gerade was das mediennetzwerk anbelangt dass überall einfach jede mit jedem irgendwie zusammen agiert aber anders auftritt also das ist schon sehr komplex aber wir können da auch die namen oder links zur verfügung stellen der beschreibung dass man sich da auch einfach mal selber ein bild davon machen kann und einfach nicht nur zuhört sondern selber aktiv wird und dieser namen einfach mal googelt kann man ja mal machen das kostet ja jeden eine minute zeit und was das ganze denken heute auch noch vereinfacht ist wenn man sich mal ins gedächtnis ruft dass amerika nicht vom weißen haus aus regiert wird also die meisten leute gucken immer ins weiße haus und denken im moment ist da ein alter relativ dementer mann und das ist so der zeichen dafür dass es einen niedergang der usa gibt es wird ja moment davon gesprochen dass wir jetzt auf dem weg in eine multipolare welt sind weil die usa weil die usa an macht verlieren aber das ist einfach falsch weil wenn man aufs weiße haus guckt guckt man nicht auf die wirkliche macht der usa die die liegt an der wall street bei den vermögensverwaltern und die liegt im silicon valley bei den großen it-konzernen die einzelnen chefs von diesen firmen sind unendlich viel mächtiger als der amerikanische präsident der ist nur eine marionette und er tut all das was die von ihm verlangen du hast jetzt gerade schon ein bisschen vorgegriffen und von einer multipolaren weltordnung gesprochen das ist sehr umstrittenes thema aktuell gerade wenn man auch die briggs staaten mit einbezieht die sich versuchen irgendwie vom westen abzukoppeln so wird es nämlich dargestellt mit ihrer eigenen währung mit ihrem eigenen wirtschaftssystem und solche sachen ist das wirklich das was gerade passiert oder bewegen uns eine ganz andere richtung das ist ein riesiges ablenkungsmanöver und zwar das wichtigste projekt was im moment im hintergrund verfolgt wird ist die einführung von digitalem zentralbankgeld und zwar weltweit die digitales zentralbankgeld englisch cbdc oder central bank digital currencies das ist das absolut wichtigste projekt zurzeit weil unser finanzsystem was jetzt seit 1944 gegolten hat das ist im moment am ende das zerbricht jetzt im moment die wissen genau dass wir in der endphase dieses systems sind und die müssen mit dem neuen geld irgendwann aufwarten und arbeiten unter hochdruck im hintergrund daran also es sind 131 zentralbanken die das projekt vorher vorantreiben diese zentralbanken deren länder repräsentieren 96 oder 97 prozent des wirtschaftsaufkommens weltweit es wird daran gearbeitet in amerika hat man das fed now programm gestartet das instant payment system das ist die vorstufe zur cbdc in europa wird vom digitalen euro gesprochen china ist ganz weit voran in china besitzen inzwischen 260 millionen leute eine wallet und sind direkt mit der zentralbank verbunden sechs millionen einzelhändler akzeptieren inzwischen digitales zentralbankgeld also das ist das allerwichtigste projekt in der welt und dieses projekt wird natürlich gesteuert im hintergrund von dem großen digital finanziellen komplex der international arbeitet und damit die leute das nicht erfahren wird denen immer noch vorgegaukelt dass die ganzen nationalen unterschiede ganz besonders wichtig sind und denen wird vorgegaukelt dass amerika im niedergang ist das ist absolut nicht wahr der dollar ist nicht es gibt keine enddollarisierung im moment der dollar ist noch nie sogar handelt worden wie im letzten halben jahr und der dollar ist im letzten jahr stärker gewesen als in den 20 jahren zu vor also das ganze ist ein riesen märchen und wer sich erhofft dass durch diese briggs staaten da irgendwie eine bessere weltordnung zustande kommen soll der sollte sich diese länder mal genau angucken da immer erstens china china ist am weitesten fortgeschritten was drohnenüberwachung angeht was sozialkreditsystem angeht was gesichtserkennung angeht also das ist eine grausame digitale diktatur das gleiche gilt für indien indien ist genau auf dem gleichen weg wie china indien hat im jahre 2016 die größte bargeldabschaffung durchgezogen dies bisher weltweit gegeben hat da wurden über nacht 80 prozent des bargeldes aus dem verkehr gezogen da wurden unendlich viele inder enteignet weil man konnte nur neues geld bekommen wenn man seinen pass vorgelegt hat millionen von indern besitzen gar keine papiere also das sind das also das ist eine verbrecher eine verbrecher organisation neben den anderen neben der anderen noch ein weiteres beispiel man muss sich nur südafrika angucken wer ist der präsident von südafrika cyril ramaphosa ein ehemaliger gewerkschafter der heute zigfacher multimilliarder milliardär ist und einer der korruptesten menschen der welt dann kommt zu den bricks staaten jetzt auch noch neue staaten dazu und wenn man sich die anguckt dann dann verliert man ja vollends das den glauben daran dass da was besseres erwachsen können eines dieser länder ist saudi arabien da gilt die scharia ein anderes das sind die vereinigten arabischen emirate beide länder also saudi arabien und die vereinigten arabischen emirate gehören auch noch zur better than cash alliance die also für die abschaffung des bargeldes weltweit ist und ein weiteres land was jetzt in die bricks aufgenommen werden soll ist argentinien der argentinische präsident fernandez ist world economic forum mann und wird aber wahrscheinlich in nächsten monat abgewählt werden aber der aussichtsrechte reichste kandidat für seine nachfolge ist auch ein wef mann das ist ravier milley und der hat angekündigt dass wenn er präsident argentiniens wird argentinien seine eigene währung den peso abschaffen und den us dollar als eigene währung einführen wird also wer sich davon eine bessere welt verspricht ich glaube der liegt sehr schief auch bei den themen sind ja die die grenzen recht offene weil wef hat mit geldsystem zu tun du hast auch gerade was über das geldsystem geschaut da kommen wir auch noch mal drauf zu gerade was digitale währung vor nachteile et cetera anbelangt zwei punkte hätten wir noch zum wef per se das wef hat ja auch noch weitere ich will nicht konkurrenten sagen aber organisationen die da so ein bisschen mitschweben eins davon ist auch die bilderberge welches ohne da als großartig darauf einzugehen weil auch da kann jeder für sich selber nachschauen was was das ist dass eine organisation die trifft sich einmal jährlich seit dem ende des zweiten weltkrieges und danach werden komischerweise immer neue staatsoberhaupt oder auch weiter tiefer gehende entscheidungen getroffen wie weit steht das jetzt so parallel zum wef oder hat das an bedeutung verloren dass das die bilderberge haben ein bisschen an bedeutung verloren die waren mal bedeutender als heute also das wef hat da unglaublich abgeräumt aber das wef hat natürlich auch das glück gehabt das wef hat ja auch relativ früh sehr sehr reiche leute mit mit an bord genommen also zum beispiel bill gates ist ja seit den neunziger jahren schon ganz eng mit klaus schwab verwandelt und ich meine der war über über ganz lange zeit der reichste mann der welt und hat natürlich sehr viel geld reingegeben der hat zum beispiel als die gabi gegründet wurde die anstatt anschubfinanzierung damals übernommen mit 750 millionen dollar und das ist natürlich das ist kein kleingeld sondern da sind richtig dicke summen geflossen und auf diese art und weise ist eben das wef auch durch die geschichte das geschick von klaus schwab einfach zur wichtigere organisation der welt geworden also die bilderberger sind zwar noch da machen das was sie immer gemacht haben also ich glaube aber das wef ist unendlich viel wichtiger geworden ernst ich glaube an dieser stelle bin ich mal so frei und zitiere dich mal aus einem eltern interview da hast du nämlich gesagt man kann an den fingern abzählen wer heute die macht in seinen händen hält ist das die mutter aller verschwörungstheorien oder ist das einfach die wahrheit das ist die wahrheit weil es gab noch keine zeit in der geschichte der menschheit wo so viel macht und so viel vermögen in so vielen händen in so wenigen händen konzentriert war also wenn man heute also es gibt ja diese untersuchung von dieser einen sozialen organisation aus großbritannien die immer herausgefunden hat wie viele leute unter den ultra reichen so viel besitzen wie die hälfte die ärmere hälfte der menschheit und die haben mal angefangen da waren es mehrere hundert leute und ich glaube bei den letzten untersuchungen waren es insgesamt noch acht oder sechs leute die so viel besitzen wie die ärmere hälfte der menschheit also diese vermögens konzentration ist unvorstellbar und bill elon musk übrigens auch ein wef mann elon musk ist gerade dabei der erste viertel billionär auf der welt zu werden also dessen vermögen ist angewachsen jetzt auf fast 250 milliarden also der mann besitzt mehr als die staatshaushalte vieler staaten in afrika südamerika oder in asien also diese ungleichheit ist absolut explodiert und mit der finanziellen ungleichheit geht natürlich auch eine machtungleichheit einher und wir leben in der zeit der höchstmöglichen konzentration von geld und macht in den wenigsten händen dann danke dafür ernst würden jetzt in den nächsten block springen das geldsystem wir haben ja auch gerade schon über themen gesprochen du hast auch schon darüber etwas erzählt die frage fangen wir da einfach nochmal an und nochmal die besinnung darauf es einfach zu erklären also was ist denn eigentlich unser geldsystem wie funktioniert das und wie wird es am leben erhalten mal die grundfrage dafür zu unserem geldsystem muss man erstmal wissen dass er existiert ja seit dem ende des zweiten weltkrieges und das ist ein sehr ungerechtes geldsystem weil das ist ein geldsystem was um den dollar herum aufgebaut wurde also der us dollar ist im jahre 1944 zur ersten leitwährung der welt erklärt worden das heißt der dollar ist damals an gold gebunden worden und alle anderen währungen sind an den dollar gebunden worden diese regelung hat dann gegolten bis im jahre 1971 diese gold dollar bindung aufgehoben wurde dann die bindung an die anderen währungen wurde zwei jahre später dann auch aufgegeben und das hat den weg eröffnet dafür dass man immer mehr der geld weltweit drucken konnte und das hat den weg wiederum eröffnet für die sogenannte finanzialisierung der weltwirtschaft wir haben also erlebt seit 1900 den seit den 70er jahren dass die finanzwirtschaft immer größer und immer stärker geworden ist der hintergrund ist die banken waren die großen gewinner des nachkriegsbooms der nachkriegsboom der hat gedauert so von 1948 bis 1973 in der zeit wurden unglaublich viele kredite vergeben und daran haben die banken sehr sehr viel geld verdient dann ab mitte der 70er jahre ist das ganze ins stocken geraten aber die banken waren so mächtig dass sie die politik zwingen konnten ihnen neue möglichkeiten des geldverdienens zu eröffnen und das hat die politik gemacht die politik hat damals ganz viele regulierungen aufgehoben also damals wurden zum beispiel aktienrückkäufe erlaubt die waren vorher verboten dann wurde die gründung von hedgefonds erlaubt hedgefonds sind nichts anderes als banken die aber nicht als banken gelten deswegen den regulierungen nicht unterlegen hedgefonds haben die möglichkeit geschaffen dass banken selbst hedgefonds gründen konnten und damit also genau die geschäfte machen durften die ihnen eigentlich verboten waren kurz druck das muss man ja erstmal verstehen da um regularien aus dem weg zu räumen dass eine bank selber eine ein hedgefonds gründen kann und da keine die baFin greift ja bei der bei hedgefonds also weiß man ja auch nicht greift sie da überhaupt zu bei bei hedgefonds oder gibt es da einfach die dürfen die dürfen natürlich vieles machen was also die brauchen also auch keine sicherheiten bieten also banken müssen ja irgendwelche sicherheiten immer bieten und müssen sich an an bestimmte vorschriften halten die zum beispiel die biz die bank für internationalen zahlungsausgleich also die zentralbank aller zentralbanken erlässt also die haben bestimmte regelungen für die banken in der welt aber diese regelungen gelten natürlich für die hedgefonds nicht also hedgefonds können unglaublich riskante geschäfte eingehen und wie riskant diese geschäfte sein können das haben wir im jahre 1998 erfahren im jahre 1998 ist nämlich ein hedgefonds long term capital management in new york pleite gegangen und das hat bedeutet dass das gesamte weltfinanzsystem plötzlich vor dem zusammenbruch stand also das hat damals kaum einer erfahren das wussten nur leute im finanzsystem damals musste das finanzsystem gerettet werden damals war es noch nicht so schlimm wie später in der weltfinanzkrise damals haben sich große banken an der wall street zusammengetan und mit vier milliarden dollar diesen hedgefonds aufgekauft um ihn nicht pleite gehen zu lassen und damit das weltfinanzsystem gerettet das hat von den normalbürgern auf der welt so gut wie keiner mitbekommen aber es war damals klar 1998 das weltfinanzsystem ist in ganz großen schwierigkeiten aber dieses ultra casino das finanzsystem heute ist nichts anderes als ein riesiges casino das von wetten beherrscht wird also das wort derivate ist wahrscheinlich den meisten geläufig die wenigsten werden wissen was derivate sind derivate sind nichts anderes als wetten wetten auf zukünftige preise zukünftige zinssätze oder 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 zukünftige marktentwicklungen und heute wird der preis von vielen waren nicht mehr über angebot und nachfrage bestimmt sondern über derivate der preis der wichtigsten ware der welt zum beispiel des öls wird über die futures bestimmt futures sind wetten auf die zukünftigen ölpreise also da sieht man wie dieses finanzcasino heute eigentlich alles beherrscht und der bereich der derivate der wird von der bank für internationalen zahlungsausgleich heute mit ungefähr 700 billionen dollar angegeben aber insider schätzen inzwischen dass es bereits im trillionen dollar bereich oder billiarden dollar bereich angekommen ist also das ist eine riesige blase die da entstanden ist und diese blase droht natürlich irgendwann zu platzen und wir sind jetzt im moment in die endphase dieses dieses systems gerückt also vielleicht noch mal zur erklärung wie diese endphase zu sein zustande gekommen ist 2007 2008 hatten wir die weltfinanzkrise da war das system eigentlich tot da ist es noch mal am leben erhalten worden durch die zentralbanken zentralbanken haben aber nur zwei möglichkeiten das system am leben zu erhalten die eine ist geld zu erzeugen das andere besteht darin zinssätze festzulegen gelderzeugung bedeutet entwertung erzeugen also je mehr geld geschaffen wird umso weniger ist das geld wert und bei den zinssätzen hat man ein problem wenn man die immer weiter senkt damit das geld schneller ins system rein fließt erreicht man irgendwann den punkt 0 zinsen und dann kann man nicht weitermachen weil im negativbereich funktioniert das ganze nicht weil wenn die banken negativzinsen nehmen dann sind sie irgendwann am ende pleite so und dass das problem war den entscheidenden leuten klar und deswegen haben die entscheide also die vor allem die die leute die bei der federal reserve also der wichtigsten zentralbank der welt sitzen die haben ab 2015 versucht das system wieder in die alten bahnen zurückzulenken das haben sie bis 2018 gemacht ganz langsam geld aus dem system rausgenommen ganz langsam die zinsen wieder angehoben sind dann etwas mutiger geworden haben 2018 ende des jahres zweimal die zinsen angehoben und sind dann plötzlich gegen die wand gefahren 2018 haben wir den größten einbruch an den finanzmärkten seit 80 jahren erlebt und mit dem zeitpunkt war klar dieses system kann auf dauer nicht mehr gerettet werden und interessanterweise genau vier wochen später hat das world economic forum sein treffen in davos gehabt und hat da das konsortium zur steuerung digitaler währungen gegründet und hat die zentralbanken der welt die wichtigsten damals mit spezialisten für block chain technologie mit kreditkarten unternehmen mit den großbanken und so weiter zusammengebracht und arbeitet seitdem hinter den kulissen unter hochdruck an diesem neuen geld system also für mich war 2019 das absolut entscheidende jahr das auch alles erklärt was dann nachher passiert ist weil 2019 hat das wef dann im oktober auch mit der johns hopkins universität zusammen das event 201 organisiert wo eine pandemie durchgespielt wurde die ja dann im märz des nächsten jahres ausgerufen wurde und die ganzen maßnahmen wiederum die im namen im rahmen der pandemie erforderlich waren haben alle dazu geführt dass es den größten die größte datenerfassung aller zeiten gab also die großen konzerne haben seitdem mehr daten über uns als irgend zu irgendeiner zeit vorher und das allerwichtigste was man wissen muss diese neue diese neue währung die cbdc's gehen einher mit der biometrischen erfassung der menschen also wenn jeder von uns video dass die cbdc vorsieht nur noch ein einziges konto hat und zwar bei der zentralbank dann muss sichergestellt sein dass wenn der sein handy nimmt oder wenn der an seinen computer geht dass der das auch wirklich ist das heißt der computer oder das handy müssen diese person erkennen das heißt diese biometrische erfassung der menschheit ist notwendig und genau auf diesen punkt zielte auch die ganze pandemie ab das gewinnen von daten dass wir alle daran gewöhnt werden dass wir überwacht werden dass wir alle daran gewöhnt werden irgendwann mit der iris-scannung zufrieden zu sein oder mit der gesichtserkennung zufrieden zu sein also alles was seitdem passiert ist passt in das schema wir müssen die menschheit biometrisch erfassen damit wir das neue geldsystem irgendwann einführen können was ist damit bitcoin also diese ganzen crypto currencies crypto währungen oder auch dem bargeld wie steht da diese neuen währungssystem cbdc ist was steht dem denn noch gegenüber ja das bargeld wird ja weltweit weitgehend zurückgedrängt also das bargeld hat weltweit glaube ich nur noch eine bedeutung von ungefähr 15 bis 20 prozent ist also weitgehend inzwischen abgeschafft worden bei den crypto währungen insbesondere bei bitcoin bin ich mir da nicht so ganz sicher was da der plan dahinter gewesen ist für mich ist sehr interessant dass bitcoin 2009 ins leben gekommen ist also kurz nach der weltfinanzkrise und das bitcoin das bitcoin dazu geführt hat dass ganz viele junge vor allem junge leute die ja ganz wichtig sind für die zukunft weggegangen sind vom bargeld also das war der erste große effekt von bitcoin dass man die leute aus dem bargeld rausgeholt hat dann ist bitcoin natürlich unglaublich gehypt worden und hat natürlich viele leute dazu verleitet da rein zu gehen und ich kann nicht ausschließen dass so einen hype vielleicht noch mal geben wird aber ich glaube nicht daran dass bitcoin das allheilmittel für alle probleme im finanzsystem ist weil das große problem von geld ist sowieso kein technisches problem sondern das große problem von geld ist das geld die unart hat sich ungleich zu verteilen und daran wird bitcoin auch nichts ändern kurz dazu noch eine frage du hast ja vorhin die cbdc angesprochen das bedeutet der central bank digital currency wird das dann auch ethereum basiert sein oder bitcoin basiert sein oder kommt dann ein völlig neues system sieht im moment eher so aus als wenn ripple da eine große rolle spielen wird ethereum könnte auch eine rolle spielen aber ripple wird wahrscheinlich auch eine große rolle spielen weil xrp ist da in diesem bereich ganz ganz schwer aktiv interessant ist noch ein phänomen um mal zu zeigen wie welche rolle china dabei spielt in china hat vor ungefähr zwei jahren ein kongress stattgefunden vom iff das das international finance forum das ist so was wie das wef von china das wird also von sechs kommunistischen kadern geleitet in dieser organisation sitzen aber auch alle wichtigen personen des westens das frau lagarde dabei von der ezb das herr trichet dabei ihr vorgänger also das sind alle wichtigen personen aus dem westlichen finanzsystem und da ist damals ein chinesischer kader der zuständig ist für die cbdc von china aufgetreten und der hat damals bekannt gegeben dass man möglicherweise auch den e yuan auf dem netzwerk entweder von ethereum oder von die m raus geben könnte also der nachfolge währung von libra die mark zuckerberg mal ins leben gerufen hat also die arbeiten offensichtlich auch mit diesen firmen zusammen die an die an die diesen techniken arbeiten also es gibt da offensichtlich die verbindungen die uns allen von der mainstream presse jedenfalls und den menschen medien nicht bekannt gegeben werden als es damals zum beispiel von dem mark auf euro gab gab es ja auch eine art kampagne sage ich jetzt mal dem die d-mark war nicht mehr das wert wir brauchen eine neue währung da sind ja auch alle brav mitgegangen weil sie ja keine andere wahl hatten oder nicht informiert waren ich meine man 2001 1999 nicht auf dem stand auf dem man heute ist vielleicht manche mehr vielleicht manche weniger aber wie würde man es denn heute rechtfertigen und sagen bargeld weg es gibt jetzt nur noch das eine die eine totale währung in anderen worten muss man das alte system erstmal an die wand fahren um ein neues zu installieren ja ich denke man muss das alte system unbedingt an die wand fahren und ich glaube das ist auch der hintergrund warum all das getan wird was im moment getan wird also ich meine wir haben in deutschland jetzt einen wirtschaftsminister der von wirtschaft absolut gar keine ahnung hat man muss sich vorstellen dass die viertgrößte volkswirtschaft der welt und war bis vor jahren export weltmeister und leistet sich ein wirtschaftsminister der absolut überhaupt keine ahnung von seinem job hat und kurz unterbrechen kein problem ja also deutschland hat einen wirtschaftsminister der überhaupt keine ahnung von seinem job hat man fragt sich wie ein land mit 80 millionen menschen das mal export weltmeister war dass die viert stärkste volkswirtschaft der welt ist sich so ein amateur auf dem posten leisten kann also offensichtlich ist das gewollt vom hintergrund also offensichtlich will man die ganze wirtschaft an die wand fahren ja gut auch in der außen ein außenminister der chines präsident zektator bezeichnet einen einäugigen piraten als bundeskanzler also sind die die liste ist ja lang dass da keine qualifizierten leute dran sind die das sukzessive an die wand fahren und sorry dahinter steckt aber methode man man will die leute in schwierigkeiten bringen und es gibt auch noch eine andere agenda die im moment verfolgt wird zum beispiel versucht man im bereich der nahrungsmittel die inflation im moment ins unermessliche zu treiben also nahrungsmittel haben im moment das große problem wir haben chips mangel der wird sich auf die landmaschinen aus die landmaschinen können zum teil nicht repariert und nicht gewartet werden deswegen haben wir ernteausfälle dann haben wir aber auch noch die schwierigkeiten mit der ukraine dass da getreidelieferungen nicht kommen können dann aber kommen die die mächtigen plötzlich mit der ist die agenda und verbinden verbieten bestimmte düngemittel und 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 schränken da die tierzucht ein also in der holland werden gerade 3000 bauern enteignet weil ihre tiere angeblich zu viel methan ausstoßen in irland sollen jetzt 220.000 rinder geschlachtet werden weil sie zwar zu viel methan ausstoßen also da wird von allen seiten gearbeitet dass die landwirtschaft in schwierigkeiten gebracht wird das heißt dass die die waren die aus der landwirtschaft in die läden kommen knapper werden und das heißt natürlich dass die preise hochgetrieben werden und dadurch wird natürlich gerade dieses untere drittel der bevölkerung in ganz große schwierigkeiten gebracht also man sieht ja heute in deutschland auch dass ganz viele ältere leute da plötzlich da den müll durch wühlen und auf der suche nach flaschen das bricht mir jedes mal das herz wenn ich rumlaufe und das sehe dass in einem land wie deutschland alte leute die das land hier mit aufgebaut haben pfandflaschen suchen einfach unglaublich dass das dass das realität ist dass das macht mich fertig naja ja das ist also das ist auch was was wir als kinder natürlich nicht gesehen haben in deutschland was jetzt aber also ganz stark gefördert wird durch diese ganzen agenten aber meine vermutung ist man will die leute in ganz große schwierigkeiten bringen um dann dieses neue geld einzuführen und dafür gibt es auch einen einen mehr oder weniger triftigen grund weil man hat dieses geld ja als probe in einem afrikanischen industrie land in dem größten afrikanischen die industrie land nigeria eingeführt also in nigeria ist im oktober 2021 der e naira eingeführt worden das ist eine cbdc und die nigerianer haben darauf reagiert indem sie nämlich diese cbdc nicht akzeptiert haben also im ersten jahr haben nur 0,5 prozent der nigerianer sich eine wallet auf ihr handy spielen lassen daraufhin hat die regierung dann ganz hart reagiert hat das abheben von geld an geldautomaten ganz stark eingeschränkt hat auf bargeld einlösungen dabei banken riesige gebühren erhoben hat dann bestimmte geldscheine aus dem umlauf gezogen hat dann staatliche zahlungen an das neue geld gebunden hat es aber bis heute nur geschafft 12 prozent der bevölkerung dazu zu bewegen sich eine wallet auf ihr handy zu spielen zu lassen das heißt 88 prozent der nigerianischen bevölkerung lehnen diese neue währung bis heute ab und ich denke das wird in den industrieländern des westens bestimmt nicht anders sein ich glaube bei uns würden die diese würde diese währung auch weitgehend abgelehnt werden weil viele leute schnell merken würden was das nämlich bedeutet das bedeutet nämlich die zentralbank kann mir individuelle zinssätze auferlegen die kann mir individuelle steuersätze auferlegen die kann mich von allen zahlungen abschneiden die kann mich also finanziell plötzlich stilllegen die kann aber auch das geld an ein ablaufdatum bieten verbinden die kann mich auch zwingen das geld nur für solche oder solche waren auszugeben oder die kann mich zwingen im rahmen einer 15 minuten stadt das geld nur noch in meinem viertel auszugeben die kann mich aber auch an ein sozial kreditsystem angliedern also da sind alle möglichkeiten der manipulation und der kontrolle gegeben und das merken die leute also so bescheuert sind die leute nicht insgesamt die merken schon wenn sie wirklich so sehr unter an die kandare genommen werden und deswegen denke ich man muss das ganze jetzt so eskalieren die soziale situation um am schluss mit diesem neuen geld so mehr oder weniger als wohltat dann aufzuwarten und ich denke da spielt noch ein anderer prozess rein also durch die KI werden ja jetzt sehr viele jobs verloren gehen in der in der zukunft und da hat man auch schon einen plan im hintergrund und das heißt universelles grundeinkommen und ich denke wenn jetzt genügend leute auf der Straße sitzen wenn wir jetzt in deutschland meinetwegen nicht mehr eine million sondern drei fünf oder sieben millionen arbeitslose haben dann kann es gut sein dass die regierung dann sagt passt auf leute wir geben euch ein universelles grundeinkommen als humanitäre hilfe damit ihr überleben könnt aber dieses geld gibt es leider nur in form des digitalen zentralbankgeldes also das ist meine vermutung dass dieser plan im hintergrund vorangetrieben wird da sprichst du auch gleich das nächste thema an und zwar transhumanismus kannst du kurz erklären was das ist für die leute die das noch nie gehört haben da gibt es nämlich eine menge das merke ich auch selber wenn ich mich mit leuten unterhalte die sagen was ist das noch nie gehört was ist das und wie ist das mit der ganzen situation in der wir sind verstrickt erstmal muss man sagen wir befinden uns in der phase der vierten industriellen revolution also die zweite die dritte industrielle revolution das war die einführung des personal computers und der durchbruch des internets das hat uns so in dieses digitale zentral zeitalter geführt aber im moment sind wir in der vierten industriellen revolution und das bedeutet die die unvorstellbare entwicklung der künstlichen intelligenz die vor das voranschreiten im bereich der nanotechnologie im bereich der synthetischen biologie also da werden moment durchbrüche erzielt die so bis vor einigen jahren undenkbar waren also der letzte durchbruch war jetzt vor zwei wochen da haben israelische forscher bekannt gegeben dass sie den ersten menschlichen embryo künstlich erzeugt haben ohne samenzelle und ohne eizelle aber alleine aus den stammzellen sowie bei matrix ja das ist also also das ist unglaublich dass das passiert ist aber dass die die der fortschritt der künstlichen intelligenz hat auch noch eine ganz andere also nur noch die erklärung für transhumanismus transhumanismus ist nichts anderes als bio digitale konvergenz also dass das der die biologische sphäre mit der digitalen sphäre irgendwie zusammengebracht wird also dass am anfang sah das so aus dass man den menschen zum beispiel chips implantiert und die menschen dann auf diese art und weise das menschliche gehören zum beispiel mit der suchmaschine von google verbindet so dass ein mensch dann nicht mehr an seinen computer gehen muss sondern per gedankensteuerung dann zugriff auf die ganzen google informationen hat das ist inzwischen schnee von gestern heute arbeitet man daran dass man den menschen über magnet ströme da beeinflusst also dass man da keine operativen eingriffe mehr vornehmen muss also das ist auch die nächste entwicklungsstufe die wir haben also wir hatten dann ja auch am anfang haben wir die 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 wearables gehabt also sachen die am körper waren dann gab es die implantables die sachen die implantiert werden und inzwischen gibt es ich weiß nicht wie man das nennt die 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 nächste generation dass man den einzelnen auch gar nicht mehr fragen braucht sondern dass man ihn von außen irgendwie in in wir beeinflussen kann was natürlich noch viel viel gefährlicher ist aber dramatisch wird die 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 folge seien natürlich für den weltweiten arbeitsmarkt weil es werden jetzt in der nächsten zeit unglaublich viele arbeitsplätze verloren welche welche branche ist oder besonders gefährdet ja alle branchen alle branchen durchgehend also ich meine wer heute berufskraftfahrer ist der kann sich darauf einrichten dass er in drei bis fünf jahren keinen job mehr hat weil dann das autonome fahren eingefahren eingeführt also denkst du dass tatsächlich das ist kurz davor es gibt einige städte in der welt wo autonomes fahren schon erlaubt ist in kleinen bereichen aber das wird irgendwann einen ganz großen durchbruch geben und dann werden weltweit alle alle profis in dem bereich also ihren job verlieren dann gibt es andere berufe die die ganz stark gefährdet sind also in deutschland arbeiten fünf millionen leute in der verwaltung davon ich glaube zweieinhalb millionen hauptberuflich die können ihren ihren job auch bald an den nagel hängen weil verwaltungs jobs die kannst du heute mit der künstlichen intelligenz über chat gpt sind möglichkeiten geschaffen worden die sind unvorstellbar also das interessante ist dass open ai die organisation die chat gpt ins leben gerufen hat dass die gerade eine untersuchung mit der universität von penn sylvania gemacht haben und die haben gesagt 1,8 milliarden jobs weltweit werden von der künstlichen intelligenz betroffen sein und werden gefährdet sein 1,8 milliarden jobs weltweit das ist ungefähr die hälfte aller jobs auf der welt wenn man bedenkt dass man angeblich ich weiß nicht sieben acht milliarden menschen ist davon sind ja die zwei drittel davon arbeiten wahrscheinlich einfach nicht mehr weil sie einfach entweder zu alt oder zu jung sind und die von denen die arbeiten wie du auch gerade richtig gesagt hast das ist ein großer teil von denen die eigentlich genau arbeiten also das geld oder dass das produzieren oder verkaufen oder verwalten was man da eigentlich macht das muss man sich auf der zunge zergehen lassen wie abnormal diese zahlen sind der ganze wahnsinn der ganze wahnsinn unserer zeit offenbart sich darin dass wir heute die schlimmsten amateure am werk kamen in der politik und und alles kaputt machen lassen während eigentlich ist unglaublich wichtig wer sich auf diese neue zeit vorzubereiten also eigentlich müsste den leuten allen gesagt werden wisst ihr was wenn wir diese technik so und so erlauben dann sind eure jobs alle hinfällig dann seid ihr alle vom staat abhängig dann müsst ihr dieses neue geld akzeptieren also man müsste heute eigentlich entwürfe über entwürfe diskutieren für eine neue gesellschaft in der man diese ganzen technischen möglichkeiten nutzt aber die gesellschaft nicht gleichzeitig zerstören wer soll diese vorschläge machen weil das jetzt auch unsere nächste frage gewesen wie kann man sich denn davor schützen oder gerade junge leute die überhaupt gar keine ahnung haben davon sondern die finden es vielleicht sogar cool hey ich habe einen chip im arm mit dem brauche ich meine kann ich meine karte bezahlen da kann ich essen gehen ohne meine mein geldbeutel zu tragen ja auch irgendwo opfer der des ganzen neuens gerade diese ganze technologie wo wir mit 16 17 unsere ersten handys hatten die würde uns ja heute auslachen die haben mit 78 schon iphones oder andere geräte und sind da so technisch avisiert wie sich das ist es ist einfach traurig dass die jungen leute in diese in diese situation da reingeraten sind dass denen auch jegliche kritik daran dann abgeht also die wissen gar nicht wie sie kontrolliert werden also und denen ist es teilweise dann auch völlig egal ob sie kontrolliert werden weil sie das ja natürlich auch in ihrem leben in ihrer arbeitswelt im moment auch gar nicht richtig merken also aber wir stehen jetzt vor einer zeit riesiger umbrüche wir stehen vor der zeit der riesiger sozialer verwerfung und da werden die alle mit der nase ganz schön auf die realität gestoßen werden und ich denke das ist einfach unheimlich wichtig junge leute heute über das zu informieren auch wenn sie jetzt noch nicht hinhören wollen sie trotzdem immer wieder anzustupsen und zu sagen pass mal auf du da ist irgendwas im hintergrund was ganz ganz falsch läuft ich denke dann wenn sie dann ihren eigenen job verlieren oder wenn sie plötzlich selber merken dass sie das was sie sonst immer kaufen konnten nicht mehr bezahlen können und wenn sie plötzlich selber merken dass sie viele dinge nicht mehr dürfen so wie im rahmen der gesundheitskrise dann werden die auch langsam hellhörig werden und dann muss man eben da sein und sagen pass mal auf das und das ist es ist die wirkliche agenda die hier verfolgt wird und du bist ein opfer solange du dich dieser agenda einfach so unterordnest und da muss man aber auch erstmal hinkommen dass man wer übernimmt diese aufgabe wer macht sich das zur aufgabe du gibst vorträge andere leute wiederum versuchen auf ihre art und weise aufzuklären oder input zu geben das zum nachdenken anregt oder zum recherchieren aber in der schule im kinderkarten an den universitäten ist davon leider noch nicht viel zu sehen es gibt auch noch ein weiteres thema das wir ansprechen wollen aber auch im rahmen des zeitrahmen dessen das ist ja auch noch die who im hintergrund gibt das ja auch mal kurz noch angesprochen im rahmen der pandemie krise kannst du vielleicht noch zu who ja klar das thema auch noch kurz aufnehmen einfach die nennen es mal chancen und risiken analyse aber eine realistische dessen was da jetzt auch unterschrieben wurde es gab jetzt ein neues gesetz auch bei uns im bundestag durchgewinkt wurde was sind die konsequenzen davon und die zweite frage droht uns wieder etwas wie die letzten drei jahren dass wir lock down und co haben werden erstmal zur who also die who ist ich glaube 1948 gegründet worden damals als welt die welt gesundheitsorganisation und ist in den ersten 20 30 35 jahren finanziert worden von den mitgliedsstaaten dann haben die mitgliedsstaaten aber immer weniger geld gegeben dafür sind private investoren rein gerückt also die pharmaindustrie gibt seitdem immer mehr geld in den etat der der who und private stiftungen geben da sehr viel geld inzwischen also die bill und melinda geld stiftung ist einer der ganz großen geldgeber im hintergrund und so ist die who natürlich in eine unglaubliche abhängigkeit gerutscht von der pharmaindustrie und von privaten stiftungen und ich habe ja schon erklärt wie die privaten stiftungen arbeiten dass die im interesse des digital finanziellen komplexes handeln und ich vermute auch dass das was uns in den letzten drei jahren passiert ist nicht ganz umsonst und nicht zufällig passiert ist weil die gavi am wef im jahre 2001 gegründet wurde die who hat dann im jahre 2008 die definition für eine pandemie geändert bis 2008 galt als pandemie nur eine krankheit die mit sehr sehr vielen toten am anfang verbunden war das ist ausgestrichen worden dann hat man im jahre 2009 dieses planspiel event 201 durchgeführt und 2020 hat man dann diese pandemie tatsächlich von der who ausrufen lassen ich glaube das ist alles kein zufall sondern dass da ein plan dahinter stand und ich glaube dass das ganze auch wie gesagt mit dem neuen geld dann zusammenhängt weil die leute im hintergrund natürlich alle sich gegenseitig da die bälle zu spielen die who hat jetzt an macht noch weiter gewonnen also man hat aus dieser aus der der reaktion der vielen verschiedenen länder gelernt also ganz interessantes phänomen war ja dass im rahmen der pandemie zum ersten mal fast 200 nationalstaaten in einer richtung marschiert sind und genau die gleichen maßnahmen erlassen haben also 200 nationalstaaten die sich sonst teilweise spinnefeind sind also saudi arabien hat das gemacht israel hat es gemacht die sind sich spinnefeind russland und die usa sind heute sogar mehr oder weniger im kriegszustand miteinander haben trotzdem die gleichen maßnahmen gemacht also da hat der digitale finanzielle komplex ganze arbeit geleistet und alle 200 regierungen so unter druck gesetzt dass die alle diese agenda mitgetragen haben und jetzt ist man noch eine stufe weiter gegangen jetzt hat man der who auch noch die who ermächtigt in der nächsten pandemie praktisch weltumfassend die maßnahmen anzuordnen also die who setzt selber in genf ist da angesiedelt aber die wird von dort aus dann über ihr pandemiezentrum was in berlin in deutschland sitzt dann weltweit diese maßnahmen verkünden beim nächsten mal hat also jetzt noch einen freibrief gekriegt also weltweit zu agieren und nicht nur einzelnen regierungen da etwas vorzuschreiben viele leute befürchten jetzt dass wir jetzt in kürze dann neue maßnahmen erleben werden weil es wird ja im moment versucht also das narrativ wieder aufs neue zu beleben wir erfahren jetzt dauernd dass es neue varianten gibt aber ich habe da meine zweifel ob man mit diesem narrativ wird durchkommen können also ich habe mir die zahlen angeguckt bei der ersten und zweiten impfung in deutschland waren von über 80 millionen 63 bereit sich impfen zu lassen bei der dritten und vierten impfung waren es offensichtlich nur um die 40 millionen und bei den weiteren impfungen waren es dann nur noch ganz ganz wenige leute die das mitgemacht haben inzwischen ist vielen leuten bekannt geworden dass es tatsächlich nebenwirkungen gegeben hat dass viele leute nach der impfung große gesundheitliche schwierigkeiten haben dass es auch eine ganze menge leute geben gegeben hat die daran gestorben sind also ich denke man wird mit dieser agenda nicht mehr so einfach durchkommen können natürlich wird die regierung wahrscheinlich wieder dosen bestellen von der pharmaindustrie die werden sie dann anschließend vernichten die pharmaindustrie wird die ganzen steuergelder bekommen das wird wahrscheinlich laufen aber ich glaube nicht dass man die leute selber damit noch mal unter druck setzen kann aber ich glaube dass man ein anderes narrativ bedienen wird ich glaube dass man die gleichen maßnahmen dann versuchen wird durchzusetzen im rahmen des kampfes gegen den klimawandel also man kann den leuten ja sagen pass auf ihr dürft eure stadt nicht verlassen weil wir haben im moment zu viel co2 in der atmosphäre und ihr verbraucht zu viel co2 also bleibt mal bitte zu hause also da kann man eigentlich auch solche maßnahmen durchsetzen und daran wird im moment auch gearbeitet ernst also du hast uns da wirklich sehr sehr viele informationen mitgeteilt ein datum oder ein zeitraum was oft genannt wird ist das jahr 20 30 was auch mit der wef dann zusammen also zusammenhang hat nehmen wir mal an all diese pläne all diese agenten werden bis 20 30 umgesetzt was ist eigentlich das ultimative ziel also was wollen die eigentlich erreichen und ganz kurz dazu 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 ja also was ist das ultimative ziel wenn man sagt dass all die agenten all die punkte in umsetzung geraten was ist das ultimative ziel ohne dass wir da komplett noch mal in den kaninchenbau gehen das ultimative ziel das lässt sich in einem wort zusammenfassen macht erhalt diejenigen die in den an den hebeln der macht sitzen im moment wollen an den hebeln der macht bleiben und das können sie mit normalen mitteln nicht weil eben das finanzsystem zerbricht und weil die arbeitswelt zerbricht und sie haben keinen vernünftigen plan für die zukunft aber sie tun alles um an der macht zu bleiben und notfalls zerstören sie auch die ganze welt und und dann notfalls auch die menschliche rasse das muss man sagen also diese transhumanistische agenda ist so gegen die menschliche natur gerichtet dass man wirklich die schlimmsten befürchtungen da haben muss es menschenfeindlich absolut menschenfeindlich absolut menschenfeindlich und man muss sagen also die entscheidenden leute auf der welt also so leute wie bill gates oder wie klaus schwab die sehen den menschen nicht als als menschen sondern die sehen den als offensichtlich als einen zellhaufen mit einem programmierbaren betriebssystem und das ist natürlich meine große hoffnung für die zukunft weil der mensch ist eben mehr als ein zellhaufen mit programmierbaren betriebssystem und ich glaube auch dass diese agenda solche folgen haben wird die den menschen so aufstoßen in der zukunft dass ich also ich sehe eine welt vor mir wo die leute dann irgendwann ihre handys aus dem fenster werfen werden und sagen werden wir wollen diese ganze digitalisierung so nicht mehr und die werden dann auch irgendwann merken dass es nicht die digitalisierung ist sondern dass es die digitalisierung war im interesse einer winzigen minderheit das wichtige ist nämlich es sind nicht diese ganzen technologischen probleme die im mittelpunkt stehen sondern es sind die sozialen verhältnisse und das ist genau das woran gearbeitet werden muss digitalisierung ist nichts schlechtes wenn sie den richtig verwendet den interessen der mehrheit der menschen dient dann ist es alles in ordnung wenn sie richtig verwendet wird ist alles in ordnung aber wenn sie dazu dient die macht von ganz wenigen unter ganz schwierigen umständen zu erhalten dann ist sie natürlich ein ganz fatales instrument um das leben so wie wir es kennen zu zerstören dann schönes schöne einleitung zu unseren blitz fragen und die abschluss fragen also wir haben ein paar fragen und da wirklich das erste was denen sind okay zum prägnant zu antworten bist du bereit alles klar top frage eins wie stehst du zum thema spiritualität ich halte das für ganz wichtig also ich denke dass gerade in dieser zeit also spiritualität wichtiger ist als jemals zuvor weil wir durch diese ganze digitalisierung immer mehr zu kleinen robotern werden und wir müssen uns gegen diese entwicklung wehren und deswegen halte ich davon heute noch viel mehr als ich hier früher davon gehalten habe glaubst du auch persönlich an einem leben nach dem tod nein das glaube ich nicht ich glaube dass wir uns alle nach dem tod einfach auflösen und in das große universum übergehen aber ich glaube trotzdem dass wir eine verantwortung während unseres lebens haben diese verantwortung bezieht sich vor allem auf nächste generationen also wir sollten die welt in einem vernünftigen zustand hinterlassen und daran arbeiten dass wir die welt nicht in einem schlechteren zustand verlassen als wir sie betreten haben frage drei hat das geld den menschen vergiftet oder der mensch das geld nein das geld hat den menschen vergiftet es hat nie jemand irgendwann beschlossen dass es geld geben soll sondern geld hat sich ganz langsam entwickelt aus der tauschwirtschaft hat dann eine unglaubliche macht bekommen über die menschen und irgendwann da bin ich ganz sicher davon überzeugt wird es auch eine menschliche gesellschaft ohne geld geben geld ist ein übergangsstadium und nicht unbedingt das bessere geld hatte bestimmte positive folgen dass eben die wirtschaft dadurch sehr stark angekurbelt wurde dass der lebensstandard erhöht wurde aber geld hat jetzt in den letzten jahrzehnten leider eine auch sehr negative funktion gehabt also geld stand hinter den weltkriegen stelle geld steht hinter den ganzen aggressionen die wir erleben geld steckt hinter dem transhumanismus den wir erleben aber es wird irgendwann eine menschliche gesellschaft ohne geld geben da bin ich ganz sicher wir versuchen ja auch immer so ein bisschen den blick hinter die kulissen auch bei unseren gästen zu bekommen wie fühlst du dich denn persönlich mit dieser ganzen situation in der wir gerade stecken ich finde sie schwierig ich finde sie bedrückend ich finde sie auch bedrohlich aber ich versuche so meine innere ruhe zu bewahren ich habe das ganz große glück dass ich eine familie habe die hinter mir steht ich habe kinder ich habe enkelkinder und an die denke ich auch wenn ich einmal schwierige momente habe weil diese ganzen informationen zu verdauen und dann auch weiterzugeben ist nicht gerade ein leichter job aber ich habe dann meinen wunderbaren ausgleich also wenn es mir ganz schlecht geht dann nehme ich mir meine enkel gehen mit denen auf dem spielplatz und hat ein paar schöne stunden dann die letzte frage gibt es in diesem ganzen chaos auch positive entwicklung oder sind wir total im arsch nein wir sind nicht total im arsch also das würde ich niemals sagen im gegenteil ich habe ja gerade eben auch gesagt in nigeria wehren sich die leute gegen die neue währung es gibt ja auch viele leute im moment die sich aktiv in das in das geschehen einschalten wir haben ja gesehen auch in der gesundheitskrise die hinter uns liegt haben viele leute plötzlich erkannt was in in der welt falsch läuft und sich dann da engagiert also ich glaube daran dass das dass diese leute dann auch gerade weil die die situationen vor der wir stehen ist der ideale nährboden für aufklärung also wir werden sehen dass alle möglichen die infrastruktur wird zerfallen der arbeitsmarkt wird zerfallen wir werden soziale probleme von ungeheurem ausmaß kriegen aber das natürlich auch eine riesen chance den leuten zu sagen guck mal wo das ganze herkommt und lasst uns nach einer vernünftigen lösung suchen also einer menschlichen lösung suchen und lasst uns darauf zurück besinnen was unser wichtigstes und höchstes gut ist und für mich ist das wichtigste und höchste gut des menschen die selbstbestimmtheit und wir sollten uns unabhängig machen von diesem digital finanziellen komplex von dieser ganzen agenda die uns irgendeiner künstlichen intelligenz unterordnen sollte und uns wieder auf die wirklichen wahren menschlichen werte berufen ernst bevor meine dankssagung und unsere dankssagung kommt ein buch ein song und ein film die du empfiehlst als buch natürlich mein letztes über das wef ganz wichtig finde ich das einfach also ich sollte finde jeder sollte wissen wo 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 das wef steht was das wef für eine macht ausübt und und wer da hinter den kulissen da ist das ist alles in dem buch da beschrieben dann ein song mein lieblings song ist eigentlich ein uralter song gerne trotzdem das ist me and bobby mcgee der ist in den 60er jahren ganz oft gespielt worden als ich damals als student in amerika per anhalter durchs land gefahren bin und das ist mir bis heute im gedächtnis und was war das dritte noch ein film ein film da muss ich überlegen also da gibt es so viele filme da mag ich eigentlich gar keinen einzelnen rausnehmen aber ganz besonders gefallen hat mir der über diese diese männliche stripper gruppe damals in england ich weiß nicht wie der hieß besser neben nicht besser geht es nicht sondern das war ein film über 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 eine männliche stripper gruppe in england die auftritt und dass der film zeigte so die einzelnen schicksale das waren im grunde alles arbeitslose die versuchten sich so über wasser zu halten das war ein sehr schöner film ich glaube mit com john mccann wie ist das ja ich weiß ich weiß ich glaube ich glaube ich erinnere mich da noch daran vielleicht könnte er den titel rausfinden also wir an dieser stelle vielen dank für deine zeit ernst gerne dank hier die frage ich den fragen zu stellen und auch sich die zeit zu nehmen da den jüngeren leuten oder auch älteren leuten für uns ist jeder jung der noch was lernen will ganz genau 50 noch was dann man kann aber auch mit 10 schon was dann man kann aber auch mit 70 was lernen in diesem sinne vielen dank viel erfolg auf den ja auf den ganzen vorträgen ja ernst ich kann mich da nur anschließend vielen vielen dank für deine zeit vielen dank auch für deinen mut dass du zu deiner meinung stehst und dass du hilfst in dem zeitalter der aufklärung einfach deinen beitrag zu leisten und uns alle damit zu nehmen herzlichen dank viel erfolg dir weiterhin bei deiner natur und auf ein nächstes mal ganz genau von mir aus auch vielen dank weil solche leute wie ihr geben mir die möglichkeit das von mir zu geben was ich gerne von mir gebe dankeschön sehr gerne danke danke super gerne